Okay, wir haben unsere Hümmelchen jetzt auch mit Kleidchen, weil es teemt sich ja sozusagen bekleidet auf den Mittelaltermarkt zu gehen. Wir haben zwei unterschiedliche Designs gemacht, sozusagen hier so ein konservativ blau-weißes und hier ein bisschen, naja, barock-royales und am Ende klingen die natürlich genauso, das sind die selben Instrumente, ich spiele es einmal an, dass man einen Eindruck hat. Ja!